Wir sind Samstag definitiv auf Pöhl. Schon wieder Pöhl? Ey, die Wellen sind der absolute Knaller da. Janosch, die Franzosen hier rein. Ich weiß nicht, Schreck, Montag ne Klausur. Och Mensch, Bernd, immer nur am Lernen. Mann, komm mit. Mein Neuerkeit ist so geil, du nimmst den anderen und dann nehmen wir gemeinsam raus. Mal sehen. Danny wird sich auch freuen. Okay, ich denk drüber nach. Komm, hol ne andere Palette. Jürgen! Ja, rüber auf dem Mess. Tja, diese Bananen hier sind warm geworden. Den saug ich nachher mit. Nein, 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 nein. Wir sind frisch. Du hast so schön die Finger davon. Was machst du da? Das ist ne Bananenspinne. Wo? Eine große. Da! Das ist ne Bananenspinne. Das ist ne Bananenspinne. Das ist ne Bananenspinne. Ich bin froh. die mit dem Schiff ablegen, wenn alle Kisten mit Gas behandelt und wenn hier eine Spinne wäre, mein Lieber, dann wäre sie tot. Spinnst du ein bisschen? Was hast du denn geraucht? Boah, ist davon noch was? Komm, zerschlafen, mach weiter, zahle nicht fürs Umstellen. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Stellt sich an wie ein Mädchen, mein Lieber, komm. Das ist kein Vieh. Das ist eine Gurke. Spinnst du an, du Scheiße, gerade. Kacke! Du Mist, Kacke! Ach, du Scheiße. Wieso bist du denn so fit, das ist nicht fair. Ja, wann bist du denn gestern gegangen? Gegen vier. Ich konnte Reuter an seinem Geburtstag nicht alleine lassen. Außerdem kann nicht jeder so früh schwächeln wie du. Ich brauche mal eine vier Stunden Schlaf, okay? Was ist denn passiert? Der junge Mann hat die Leiche im Kofferraum gefunden. Mann, siehst du scheiße aus. Danke. Bitte. Moin, Helena. Moin, ihr Lieben. Warum bist du so früh gegangen, Katrin? Das wurde doch noch richtig lustig. Hat Reuter wieder auf dem Tisch getanzt? Nackt. Helena, kannst du schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Zwischen ein und vier Uhr morgens. Woran ist er denn gestorben? Das weiß ich noch nicht. Er hat eine ausgebildete Schwellung am Hinterkopf, aber kein Anzeichen einer knöchernen Verletzung. Keine sichtbaren Würgemale, kein Schnitt, keine Stich- oder Schusswunde. Hat er irgendwelche Papiere bei sich? Hm. Osterberg-Ulf. Aha. Morgen. Der Mann war 29 Jahre alt, gewohnt hat er an der Usedom-Straße, da fahre ich dann gleich hin. Polizeilich ist er noch nicht in Erscheinung getreten. Also, selbst wird er nicht in den Kofferraum geklettert sein. Wer hat ihn also da eingelegt? Die Wagen sollten heute noch auf dem Frachter und nach Afrika verschickt werden. Wie lange habt ihr noch gefeiert? Eine Weile. Bitte schön, bitte sehr. Für mich? Mir geht's gut. Aber erst, wenn du das getrunken hast. Mir machst du doch nichts vor. Unser Mörder muss sich im Hafen sehr gut ausgekannt haben. Also, Ihr Chef sagt, Sie haben bis drei gearbeitet? Ja, und jetzt hab ich schon wieder Frühschicht. Ich muss langsam mal nach oben. Es geht um die Zeit ab eins. Ist denn da irgendwas Ungewöhnliches auf dem Autoverladeplatz aufgefallen? Da war so ein Wagen mit Anhänger. Was war das für ein Wagen? Irgendein heller Kombi. Aber der Hänger, das waren, das waren Zweiachser. So hoch, mit roter Plane. Was haben Sie da genau gesehen? Der Wagen hat da gestanden. Ach ja, da war da ein Mann, der hat was abgeladen. Hab mich nicht weiter drum gekümmert. Weinen Sie, ich hab den Mörder gesehen? Können Sie den Mann beschreiben? Nee, viel zu weit weg. Das sind 200 Meter und ich hatte Arbeit. Und wann war das genau? Halb drei. Danke. Hallo? Polizei? Hallo? Was sind Sie? Was machen Sie hier? Ja. Katrin Böhrens, Kriminalpolizei. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Aber ich habe angenommen, dass Ulf Osterberg alleine hier lebt. Sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Jenny, Jenny Carlson. Und Ulf ist mein Freund. Ich schlafe immer hier, wenn ich im Francis Drake arbeite. Die Kneipe um die Ecke. Und Sie, was machen Sie hier? Haben Sie ein Durchsuchungsbefehl oder sowas? Ich gucke jetzt Ulf an. Ich fürchte, der wird nicht rangehen. Tut mir sehr leid, aber wir haben Ihren Freund heute Morgen tot am Hafen gefunden. Was? Was ist denn passiert? Haben Sie ihn denn gar nicht vermisst, dass Sie nach Hause gegangen sind? Nein. Wenn er arbeitet, kommt er immer spät. Wo arbeitet Ulf Osterberg? In einer Spedition am Hafen. Ja gut, hört zu. Nils ist doch eh am Hafen. Dann geht eh am besten dahin. Ja, gut. Bis dann. Timmermann, aufgemerkt. Ich brauche sämtliche Halter von PKW-Anhängern mit zwei Achsen. Doppelachse oder Zwillingsachsen? Wo ist da der Unterschied? Na, Doppelachsen sind zwei Achsen, die in weniger als einem Meter Abstand montiert sind. Zulassungsrechtlich zählen Sie damit nur als eine einzige Achse. Aha. Wieso weißt du so gut darüber Bescheid? Ja, ich weiß viel über den Lastern. Das habe ich schon immer geheim. Das Problem ist, bei der Zulassungsstelle werden Doppelachsen nicht besonders ausgewiesen. Das heißt, wenn wir jetzt nur die Zwillingsachsen prüfen, gehen uns viele durch die Lappen. Wie dem auch sei, ich verlasse mich auf dich, du machst es schon. Guten Tag, was ist das für mich so tätig? Ja, ich habe ein kleines Problem. Mein Computer wurde von einem Bundestrauer erwischt. Ich möchte Anzeige erstatten. Ja. Mach ich. Das war ein Problem? Ich möchte mich an den Kopf auf den Menschen auswischen. Wow, wo ist Herr Sacha? Hey! Warum steht die Ananas hier noch rum? Ich soll die hier vorzuschlagen oder was? Sie müssen weg! Victor! Komm her! Komm, geh mit rein! Hey! Das muss doch schneller gehen, sowas! Sind Sie Herr Sacha? Hm? Der Chef der Spedition? Ja, Jürgen Sacha. Und mit wem habe ich die Ihre? Diensttele Kripo Bismarck. Hallo, arbeitet bei Ihnen an Ulf Osterberg? Ja, aber der hat Spätschicht. Kommt ein bisschen später. Hey, lass es stehen. Lass es da hinten stehen, bitte. Wieso? Ist was passiert? Ja, Herr Osterberg wurde heute Morgen tot aufgefunden. Was? War nicht weit von hier. Scheiße! Wir sind der Chef hier. Sie handeln mit Obst. Was hat denn Osterberg gemacht? Ich handel nicht mit Obst. Das wird bei mir nur umgeschlagen. Ich regle den Import, Verzollung und die Vertreilung auf die LKWs der Kunden. Und Osterberg ist... Ja, mein Schichtleiter. Nee, nee, mach weiter. Komm. War er gestern auf Arbeit? Ja. Ja, ganz normal. Wann ist er denn gegangen? Das war so gern nur. Halb eins war das ja, halb eins. War er da allein? Ja, ich denke schon. Komm, schlaf nicht ein. War er irgendwie anders als sonst. Ängstlich. Errös? Das ist mir nicht aufgefallen. Wissen Sie, ob er mit irgendjemandem Streit hatte? Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne ihn ja auch nicht weiter. Wie lange kennen Sie sich denn schon? Über sechs Jahre. Und da kennen Sie sich nicht weiter? Ja, ich meine jetzt privat. Das sind ja meine besten Leute. Also ich meine, man redet das eine oder andere hier an der Spedition. Aber ob er jetzt Freunde oder Feinde hatte, kann ich nicht sagen. Hat er mir nicht erzählt. Gut, danke. Das war's schon. Ja, schönen Tag. Bernd Bude, Rostocker Straße 23. Fällt Ihnen sonst noch jemand ein? Ihr Freund hatte ja sehr viele Freunde. Alle mögen ihn. Er hat immer gute Laune und ihm fällt immer was ein. Er probiert was aus und er reißt alle mit. Ja, er war ja sehr aktiv. Surfen, Bergsteigen, Tauchen. Er hat's kennengelernt. Beim Surfen. Wie lange waren Sie denn zusammen? Ein Vierteljahr. Tut mir leid. Wir haben immer gesagt, eine Frau muss viele Frösche küssen, bis eine ein Prinz wird. Und er war ihre. Ja, waren. Wir waren. Das hört sich bestimmt blöd an, aber wir waren füreinander bestimmt. Wir werden mit all seinen Freunden reden, ja? Aber er hat doch bestimmt auch einen Feind gehabt. Irgendjemanden, mit dem er gestritten hat. Ulf streitet sich nie. Der sagt immer ganz klar und ruhig, was Sache ist. Bei dem Lasse zum Beispiel. Lasse? Lasse habe ich aber hier nicht. Den kenne ich nicht persönlich, aber bei der ist ein alter Freund, sagt Ulf und sie telefonieren halt oft. Und da gab es ein Problem? Naja, Ulf war total sauer, das habe ich schon mitbekommen. Hat er was gesagt? Sie hätten einen Deal und und er würde sich dran halten und der andere müsse das auch, ansonsten müsse er die Konsequenzen tragen. Aber konkreter gab es ja nichts. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei ging. Gut. Frau Carson, ich bräuchte da nochmal Ihre Hilfe. Ich muss ja die Wohnung durchsuchen. Deswegen bin ich hier. Was suchen Sie denn? Ja, nach allem, was ungewöhnlich ist. Zum Beispiel seine Gehaltsabrechnung, seine Auszüge. Wissen Sie, wo die sind? Wo er die aufbewahrt? So. Neues Fernseher. Neue Stereoanlage. Hat er in der letzten Zeit ziemlich viel ausgegeben. Große Bude hier. Ja, und bei der Spedition hat der Vater mal 2000 verdient. Ja, vielleicht hat er gespart. Mhm. Das hier auch? Mindestens 4000. Und die hat er einfach so im Schrank aufbewahrt. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein ziemlich spannender Fall. Finde ich auch. Woran ist er denn gestorben? An einer Lähmung der Atemwege. Ach, eine Vergiftung. Ganz genau. Und ich kann dir auch sagen, wer es war. Wie? Du kennst den Mörder? Nein, die Mörderin. Tatam! Darf ich vorstellen? Phonotria bachiensis. Auch bekannt als Bananenspinne. Und so was hat ihn gebissen. Schau dir das an. Ein Insektelstich. Nein. Ein Biss. Es sind zwei Öffnungen. Die Spinne hat ihn dort gebissen und er ist auf den Hinterkopf gefallen. Genaueres kann ich dir später sagen. Ja, das reicht mir auch erstmal. Also mit diesem Osterberg stimmt irgendwas nicht. Er hat mir das mal ausgerechnet. Der hat im vergangenen letzten Jahr ca. 35.000 Euro ausgegeben. Für Sport, Urlaub, Technik. Autos? Der fährt nur ein Motorrad. Ja, sehr sympathisch. Der hat alles in bar bezahlt und ich habe überhaupt keinen Hinweis darauf gefunden, wo er die ganze Kohle herhabe. Das stimmt. Das klingt nach krumm Geschäften. Möglicherweise Rauschgift. Nein, das glaube ich nicht. Timmermann und Lena sollen mal seine Freunde befragen. Und wir müssen diesen Lasse finden. Und wenn wir die Verbindungsdaten vom Handy und vom Festnetzanschluss von Osterberg haben, dann sollten wir auch mehr wissen. Also, Osterberg geht auf seine Arbeit. Bis dahin ist noch alles normal. Ja. Dann ist er halb eins mit der Arbeit fertig. Und Sacha, der Besitzer der Spedition, der sagt aus, dass er der Letzte ist, der Osterberg lebend sieht. Um acht wird er dann als Leiche im Kofferraum eines Autos gefunden, keine halbe Stunde von der Spedition entfernt. Er scheint ja nicht mal den Hafen verlassen zu haben. Vielleicht hätte sich damit jemanden getroffen. Mit einer Spinne. Was? Ulf Osterberg wurde von einer Spinne, einer Bananenspinne, gebissen. Na hier, die Obstspedition, da ist alles voll mit Bananen. Na prima, da werden diese Viecher gerade über das ganze Land verteilt. Ja, da müssen wir eine Warnung rausgeben. Habe ich bereits gemacht. Helene sagt, diese Phonotria sei die giftigste Spinne der ganzen Welt. Weiß der Teufel, wie viele von diesen Viechern schon verteilt wurden. Und einen Toten haben wir ja schon. Ich glaube, die ganze Sache hat einen Haken. Ja, stimmt. Also Spinnen heben ihre Beute ja ganz gerne mal auf. Aber nicht im Kofferraum eines Autos. Hat einer von Ihnen hier gestern die große Spinne gesehen? Sie? Da war eine zwischen den Bananen. Gut, Sie bleiben hier. Die anderen verlassen bitte, die alle. Wie ist Ihr Name? Ben Puder. Ben Puder, ja mit ihm wollte ich sowieso reden, unter anderem. Jennifer Carlsen hat uns gesagt, dass Sie mit Osterberg befreundet waren. Wie geht's Jenny? Sie kommt ganz gut zurecht. Sie haben also gestern jene Spinne gesehen. Wann war das? Gegen zehn. Da, in dem Kühlhaus. Und hat daraufhin irgendjemand was unternommen? Der Sacher hat nachgesehen und hat gesagt, da ist nichts. Und ich soll mich nicht so mädchenhaft anstellen. Also hat keiner was unternommen? Nee. War der Herr Osterberg auch in dem Kühlhaus so nach Mitternacht? Ja. Aber ich hab gar nicht gesehen, dass er wieder rausgekommen ist. Was soll denn das? Ich meine, was soll denn der ganze Aufwand hier? Marco, lass ihn durch. Das ist der Herr Sacher, der Chef der Spedition. Ja. Was ist denn da los? Herr Sacher? Reuter, Kripo Wismar. Hören Sie, Ihr ganzer Betrieb steht ab sofort unter Quarantäne. Dazu haben Sie kein Recht. Hab ich doch. Hier ist ein Mensch an einem Spinnenbiss gestorben. Muss doch nicht hier passiert sein, oder? Wo denn sonst? Bananen? Bananenspinne. Und da sehen Sie keinen Zusammenhang? Wir wissen, dass gestern eine Spinne hier gesehen wurde. Warum haben Sie nichts unternommen? Warum haben Sie einfach weiterarbeiten lassen? Bist du soweit? Na gut. Sie werden mir sofort alle Unterlagen aushändigen. Ich will wissen, welche Läden aus diesem Kühlhaus beliefert wurden. Gut, wie Sie wollen. Und was fangen Sie damit an? Die Empfänger müssen benachrichtigt werden, sofort. Da wollen Sie am Ende noch eine Radiomeldung machen, oder wie? Sie werden lachen, das haben wir schon. Es besteht akute Gefahr gegen die Bevölkerung. Außerdem gab es einen Toten. Das reicht doch, oder? Ins Kühlhaus. Hier. Chef, die Jungs von der Schädlingsbekämpfung sind soweit. Gut, nichts wie aus. Hier kommen Sie. Danke, Mann. Kennen Sie einen Lasse? Nein, wer soll das sein? Jennifer Carson hat uns erzählt, dass Osterberg mit einem Lasse am Telefon gestritten hat. Einen Lasse kenne ich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Was ist mit Ulf passiert? Ich habe gehört, er hat den in einem Auto gelegen. Wie ist er da reingekommen? Ich meine, wenn er doch von einer Spinne gewissen wurde? Tja, das ist eine der zentralen Fragen. Und wie soll er da überhaupt hingekommen sein? Sein Motorrad steht doch die ganze Zeit hier. Das ist Osterbergs Maschine? Ja, das ist sein Motorrad. Sie haben gesagt, Sie hätten ihn gestern nach Mitternacht gesehen. Wann war das genau? So halb zwei? Ja, halb zwei. Er ist mit dem Hubwagen in den Kühlraum gegangen. Kommen Sie. Nils? Ich habe hier alle PKW-Anhänger, die in Frage kommen. Und natürlich nur die, die hier in Wismar gemeldet sind. Cool. Ist ein Interessantes dabei? Allerdings, das wird uns ja helfen. Danke dir. Und? Hast du den Fall gelöst? Ich konnte mal einen Beitrag leisten. Gut. Herr Sacher, Sie sagten, Ulf Osterberg wäre um halb eins gegangen. Wie war das denn? Hat er gesagt, Chef, ich bin fertig, ich gehe jetzt bis morgen? Ja. Also, ja, genau so war das. Und dann ist er, ja, nach Hause gegangen. Und warum steht dann seine Maschine noch vor der Tür? Weißt du? Ulf Osterbergs Motorrad steht immer noch vor der Halle. Er hat die Spedition nicht verlassen. Jedenfalls nicht halb eins. Ähm, muss es wohl später gewesen sein. Mhm. War wohl eher so gegen halb zwei. Da wurde er nämlich gesehen. Lebend. Im Kühlraum, wo die Bananen lagern. Hör mich wohl geehrt. Auf Sie ist ein PKW-Anhänger gemeldet. Ja. Und? Hat er zufällig eine rote Plane? Sie fahren einen Höllen-Kombi. So ein Wagen mit Anhänger wurde in der Tatmacht gesehen. Am Fundort der Leiche von Ulf Osterberg. Haben Sie uns irgendwas dazu zu sagen? Okay. Okay. Gut, ich... Ich sage Ihnen jetzt alles, weil ich... Hat keinen Sinn. Ich habe Osterberg gefunden. Wo? In der Kühlhalle. Der lag da so. Der lag... Und war tot. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Ich hatte... Ich hatte Panik. Sie haben also Ihr Auto geholt, haben die Leiche eingeladen und sind weggefahren. Zum Autolagerplatz für den Afrika-Export. Weil Sie wussten genau, dass die Autos heute verladen werden. Warum haben Sie das gemacht? Bei meiner Schuld. Wieso? Einer meiner Mitarbeiter sagt, da ist eine Spinne. Eine Bananenspinne, so groß. Ich sage, da ist keine. Ich zwinge die Leute, weiterzuarbeiten. Und später liegt Osterberg tot in der Kühlkammer. Da habe ich ihn gefunden. Das war meine Verantwortung. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Anrufe und die Polizei hole, dann hängt mir das doch alles an. Und da haben Sie die Leiche verschwinden lassen. Ja. Und die Spinnen? Spinnen? Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig. Sie finden einen Toten, der von einer Bananenspinne gebissen wurde. Um den kümmern Sie sich. Aber die Bananen, die schicken Sie weiter. Überall kann eine von diesen Viechern drin hoffen. Das ist doch unmöglich. Bei der Verladung werden die ganzen Kissen noch mit Gas behandelt. da kann keine Spende überleben. Das ist unmöglich. ich. Hi. Danke. Du warst gut und beleg. Ich habe das alle Empfänger benachrichtigt. Zwei der LKWs haben Sie bereits auf der Autobahn gestoppt. Ein bei Rostock und ein bei Hamburg. Sehr schön, Timmermann. Danke. Reuter, du bist so gemein. Wieso? Moment. Reuter? Du findest die Spinnen. Ja? Und du sagst mir nicht bescheuert. Ja, das ist richtig. Wir haben sie ja nicht direkt gefunden. Die Schiedlingsbekämpfer, die haben alles begast und abgesucht. Da wurde keine Spinne gefunden. Sind sie? Wenn sie sterben, dann rollen sie sich so klein zusammen. Die hier nicht. Die sitzt in einem kleinen Lebensmittelladen am Strand. Lebendig und quietschfeder. Herr Schüllege, Sie kommen hier nicht durch. Gehen Sie außen rum. Bitte. Bitte. Was ist denn passiert? Gar nichts. Einfach weitergehen da. Dankeschön. Und? Hast du Angst vor Spinnen? Ich? Häh, wieso? Nee, sie sind meine besten Freunde. Solange sie an der Decke bleiben. Herr Lea, wir warten hier besser auf die Spezialisten. Schädlingsbekämpfer sind keine Spezialisten, das sind Killerkommandos, die man sich umbringen. Und? Das ist eine Mörderspinne. Soll ich sie besser behaften? Du kannst ihr ja ihre Rechte vorlesen. Pass auf dich auf. Das wäre dein Job. Wer sie recht hat, hat sie recht. Du bist der Mann. nicht zu viele Leute machen ihr Angst. Sei auch wieder brauche. da bist du ja meine Kleine. Ich tue dir nichts. Komm zu Mama. Elene. Bitte, bitte, bitte. Komm jetzt mal. Kein Falsch, tu sie rein. Keine Angst. Die tut niemandem Wasser. Das ist eine Gummispinne. Wen? Eine Gummispinne? Ist ganz gut gemacht, aber sie hat verkehrt reagiert. Nämlich gar nicht. Wie? Wie hätte sie denn reagieren sollen? Bananenspinnen heißen in Südamerika auch Revolverspinnen. Weil, wenn sich ein Feind nähert, wenn sich ein Feind nähert, dann drohen sie mit den Vorderbeinen wie ein Pistolärer. Ja, toll. Da gibt man schon mal eine Warnung übers Radio raus und prompt gibt's Trittbrettfahrer, die sich einen Spaß draus machen. Die Bananen sind jetzt fast von der richtigen Marke. Moment. Das ist ja komisch. Was ist denn komisch? Ich hab alle Lieferscheine gelesen. Die Spedition beliefert nur große Ketten in Hamburg und Rostock. Wie kommen diese Bananen in einen kleinen Strandladen in Wismar? Was meinen Sie damit? Die Frage, die war doch eindeutig. Sagen Sie, Herr Rodriguez, welchen Teil von Wo sind die Bananen her haben Sie denn nicht verstanden? Hä? Die haben doch gesagt, es war ein blöder Witz, eine Gummispinne. Ach, jetzt lassen Sie doch mal die Spinne in Ruhe. Wir reden von der Palette Bananen da drin. Wo sind die her? Oder stand die heute Morgen vor Ihrem Laden? Gibt es Belege, Lieferscheine, irgendwas? Hören Sie, wenn Sie jetzt nicht gleich reden, dann lasse ich Ihren Laden dicht machen. Ist das klar? Das können Sie nicht. Dass Sie sich da mal nicht täuschen, was er alles kann. Sie verkaufen Lebensmittel unbekannter Herkunft. Das reicht. Okay. Ich habe es nicht so gekauft. Ohne Rechnung. Schwarz. Was soll ich dazu sagen? Zum Beispiel die Wahrheit. Also, wo ist die Ware her? Ich weiß den Namen nicht. Er kommt immer vorbei, hat was im Wagen, für kleines Geld, ganz verschiedene Sache, dein junger Mann. Sieht ganz gut aus, sportlich. Mehr weißt du noch nicht. Ja, das ist er. Sie haben von dem Wagen gesprochen. Was war denn das für ein Wagen? Weißt du das Kombi? Manchmal hat er einen Hengard dran. Mit einer roten Planer. Ja, ja, genau. Also, Osterberg und Sacha verkaufen Obst auf eigene Rechnung. Kein Wunder, dass der immer so großzügig war, was alle Freunde immer bestätigt haben. Sacha, das passt zu diesem Telefon. Was für ein Telefon? Ja, ich meine die Verbindung in Telefon und Handy. Osterberg hat wie mit Sacha telefoniert, ich habe gedacht, das ist normal. Er ist der Chef. Aber es war sehr viel, auch im Wochenende. Habt ihr gewusst, dass Sacha zehn Jahre in Schweden gearbeitet hat? Und? Sacha heißt mit vollem Namen Lars Jürgen. Und Lars in Schweden wäre doch Lasse. Das ist ja messerscharf kombiniert. Das passt ja. Lars, Lasse. Leute, jetzt erscheint die Sache in einem ganz anderen Licht. Mir braucht keiner mehr was von deinem Unfall erzählen. du meinst, ihr habt ihn gezielt umgebracht mit deiner Spinne? Na ja, Sacha weiß, dass da im Kühlraum tödliche Spinnen sind. Also zieht der Osterberg eins über und macht die Tür zu. Und wartet darauf, dass die Spinne ihn beißt? Also, ich informiere Kathrin und Nils. Ja? Lene. Wie? Und das kannst du beweisen? Gut, ich komme sofort rüber. Helene weiß jetzt, dass Osterberg definitiv ermordet wurde. Kathrin? Ich bin's, Lena. Du? Ich wollte es... Hallo? Hallo? Hörst du mich jetzt? Pass auf, Junge. Ich schmeiß dich raus. Ja, ich bin recht schön. Mann. Lasse? Ja. Ist das ihr Spitzname? Lasse. Was wollen Sie? Wir wollen wissen, worüber Sie sich mit Ulf Osterberg gestritten haben. Wollten Sie ihn loswerden oder wollte er einen größeren Anteil von der Beute? Was da für eine Beute? Sie schlagen ja nicht nur Obst um. Sie klauen was davon und verkaufen es direkt an kleinere Märkte weiter. Klauen? Wie soll denn das heißen? Klauen? Wie würden Sie es denn dann finden? Wir haben Beweise dafür, dass Sie gemeinsam mit Osterberg geklaute Ware weiterverkauft haben. Das sind Überschüsse. Überschüsse? Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Nein? Dann werde ich es Ihnen mal erklären. Bei jedem Versand aus dem Ausland muss damit gerechnet werden, dass etwas verschwindet. Und wenn meinem Kunden hier 100 Kisten Bananen ankommen sollen, dann schicken die in Brasilien 200 los. Ich meine, es ist doch logisch, dass auf der Reise hierher das eine oder andere vergammelt, oder? Oder es wird was geklaut. Ich meine, im Ausland, nicht hier. Hier sind es ja Überschüsse. Und alles, was über ist, das gehört Ihnen. Wissen Sie eigentlich, was das kostet, verdorbenes Obst zu entsorgen? Das Obst ist aber nicht verdorben, sonst könnten Sie es ja nicht weiterverkaufen. Jede Spendition macht das. Und das wäre dann Gewohnheitsrecht. Und über diese Gewohnheit, so nehme ich mal an, haben Sie mit Ulf Osterberg gestritten, lieber? Okay, okay. Ja, ja, gut, ich gebe zu, es gab immer wieder kleine Probleme mit Osterberg. Wollte auch immer mehr, teure Hobbys, eine Faselter oder was von einer Frau seines Lebens. Und er wollte natürlich was bieten. Ja, aber das wollten Sie nicht. Nein, ich lasse mich auch nicht verpressen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, das haben Sie ganz laut nicht gesagt. Hat der Osterberg gedroht, Sie aufliegen zu lassen, wenn er keinen größeren Anteil bekommt? Das ist Blödsinn. Er war eine Gefahr für Sie, für Sie und Ihre kleinen, miesen Nebengeschäfte. Haben Sie Ulf Osterberg niedergeschlagen? Das ist auch Blödsinn. Damit die Spinnen ihn erledigen. Ja, das ist richtiger Blödsinn. Schön, dass du kommen konntest, Reuter. Was heißt? Du kannst beweisen, dass es ermordet wurde. Na, bitte. Hast du gewusst, dass ein Biss der Bananenspinne gar nicht zwingend tödlich ist? Nur in 20 Prozent der Fälle ist überhaupt Gift im Sekret. Und Osterbergs Spinne gehörte zu diesen 20 Prozent. Und auch wenn Gift darin ist, führt das nicht unbedingt zum Tode. Es kommt auf die Dosis an. Kleine Einheiten können eine vollkommen andere Wirkung haben, besonders auf Männer. Männer? Frauen nicht? Die kriegen eher selten eine schmerzhafte Dauererektion. Das gibt's doch nicht. Eine Spinne als Potenzmittel. Viel Spaß haben die Kerle nicht damit, Das muss sofort behandelt werden, sonst führt das zu Impotenz. Oh. Und Osterberg hatte eine... Nein. Aber ich hab vorhin die genauen Ergebnisse aus dem Labor bekommen. Die Menge an Gift, die Osterberg getötet hat, die hätte auch für zwei Elefanten gereicht und auch für die Giraffe dazu. Also müssen mehrere Spinnen über ihn hergefallen sein. Guck dir das mal an. Oh, ganz schön tief. Ja, zu tief und zu gerade. Eine Spinne kann nicht anderthalb Zentimeter tief in die Haut beißen. Was bedeutet? Es sind zwei Einstiche. Jemand hat Osterberg mit einer Spritze das Gift injiziert. Und zwar so, dass es aussieht wie ein Spinnenbiss. Also der Plan war clever. Wir haben ja alle gedacht, dass Osterberg an einem Spinnenbiss gestorben ist. Genau. Ein Unfall. Nehmen wir mal an, Sarah besorgt extra das Gift zu einer Spinne, was ja nun wirklich nicht leicht ist. Dann schlägt der Osterberg nieder und injiziert ihm das Gift in den Nacken. Und zwar so gut, dass selbst Helene glaubt, dass es ein Biss ist. Wenn er sich nun diese Mühe macht. Warum zum Teufel soll er dann die Leiche von Osterberg in den Kofferraum des Wagens getan haben, der dann nach Afrika verschifft werden soll? Ja, das stimmt. Das wäre in diesem Fall ziemlich dämlich. Ihm gelingt das perfekte Verbrechen. Er tut aber alles, damit es wie ein Mord aussieht. Also ihr glaubt, er war es nicht. Wenn Sie Osterbergs Leiche am Morgen im Kühlraum gefunden hätten, dann hätten Sie keinen Verdacht geschöpft, weil Sie am Abend vorher eine Bananenspinne dort gesehen haben. Das muss der Mörder gewusst haben. Also kommt er aus der Expedition, oder? Er kennt jemand von dort. Das ist richtig. Und genau da setzen wir auch an. Aber das ist doch alles ziemlich unwahrscheinlich. Stellt euch mal vor, der Mörder hat eine Spritze mit Spinnengift dabei. Die hat er einfach so in der Tasche. Und dann wartet er, dass irgendjemand irgendwann eine Bananenspinne findet? Und dann bringt er Osterberg um? Also hallo. Wie wahrscheinlich ist das denn? Nicht sehr. Gibt es eigentlich einen Beweis dafür, dass es in diesem Lager eine echte, also lebendige, Bananenspinne gegeben hat? Mindestens eine wurde noch gesehen. Aber nur von einem einzigen Mann. Wann wollen Sie das wissen? Sie haben doch gesagt, es war ein Unfall. Eine Spinne. Ja, Ihr Freund ist in Spinnengift gestorben. Wir haben trotzdem noch ein paar offene Fragen. Wir haben mit den meisten Leuten, die Sie uns genannt haben, gesprochen. Ihr Freund schien wirklich sehr beliebt gewesen zu sein. Keiner wusste was von Feinden. Das habe ich doch gesagt. Alle mochten ihn. Wie eng war sein Verhältnis zu Bernd Bode eigentlich? Gut. Sehr gut. Sie kannten sich ja schon einige Jahre. Von der Arbeit? Ja. Bernd jobbt in der Spedition, seit er an der Uni ist. Was studiert er denn? Biologie. Ah, verstehe. Deswegen hat er die Bananenspinne im Lager erkannt. Er erzählt, dass er sie gesehen hat. Er macht sich solche Vorwürfe, dass er nichts unternommen hat. Er glaubt, er ist für Ulfstod verantwortlich. Er war hier. Nein. Er ist bei der Arbeit und er hat mich angerufen um zu hören, wie es mir geht. Ich habe es aber lieb von Ihren Freunden, dass die sich um sie kümmern. Es ist ein toller Freundeskreis, hat nicht jeder. Wenn du dich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wie gut kannten Sie sich denn? Ja, da lief mal was. Aber damit waren wir durch. Dann habe ich Ulf kennengelernt. Durch Bernd. Mich mehr mit zum Surfen genommen. Und was hat Bernd dazu gesagt? Was hat er denn sagen sollen? Es wird uns zwar vorbei. Wir haben das geklärt. Es war bevor ich Ulf kennengelernt habe. Bernd und ich sind trotzdem Freunde geblieben. Gute Freunde. Danke, Lena. Ja, rasend schnell. Also, gutes Schwerpunkt im Studium war Zoologie und er hat eine Hausarbeit über südamerikanische Spinnen geschrieben. Und das gibt? Ja, am Institut gibt es Proben und hört Zug an. Okay. Herr Bude? Warte! Hä? Osterwerksmaschine! ? Herr Bruder, Sie sind vorläufig festgenommen. Es hat nie eine Spinne gegeben. Nein. Das gehörte alles zu Ihrem Plan. Sie haben nur so getan, als hätten Sie eine Spinne gesehen. Er hat mir die Frau gestohlen. Dinge besitzt man. Menschen gehören sich selber. Und sie hat sich für ihn entschieden. Es war meine. Meine Freundin. Also uns hat sie gesagt, das wäre alles vorbei und Sie hätten alles geklärt. Das hat sie doch nicht wirklich ernst gemeint. Doch, das hat sie ernst gemeint. Mit Ihnen wollte sie eine Freundschaft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Da war noch mehr. Aber es war einer im Weg. Wann haben Sie beschlossen, Ulf Osterberg umzubringen? Ich habe sie ihm auch noch vorgestellt. Ich wollte was für Sie tun. Ihr was Gutes tun. Ihr zeigen, wie wichtig sie für mich ist. Ich habe sie mitgenommen zum Surfen. Und dann? Dann nimmt er sie mir weg. Und trotzdem sind Sie mit ihm umgegangen, wie mit einem Freund. Das kam doch von ihm. Er kam immer zu mir hin und hat gesagt, danke, danke, danke für Jennifer. Und dass er das nie vergessen wird. Sagen Sie, haben Sie Ulf auch nur einmal gesagt, dass Sie Jenny immer noch lieben? Nein. Sie haben eine andere Lösung bevorzugt. Eine endgültige. Unumkehrbare.